Der Antwortpsalm am 2. Adventssonntag lautet Gerechtigkeit blüht auf in seinen Tagen und Friede ohne Ende. Aus Psalm 72 Verleih dein Richteramt, O Gott, dem König. Dem Königssohn gib dein gerechtes Walten. Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit und deine Armen durch rechtes Urteil. Die Gerechtigkeit blühe auf in seinen Tagen und großer Friede, bis der Mond nicht mehr da ist. Er herrsche von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. Gerechtigkeit blühe auf in seinen Tagen und Friede ohne Ende. Er rettet den Gebeugten, der um Hilfe schreit, den Armen und den, der keinen Helfer hat. Er erbarmt sich des Gebeugten und Schwachen. Er rettet das Leben der Armen. Gerechtigkeit blüht auf in seinen Tagen und Friede ohne Ende. Sein Name soll ewig bestehen. Solange die Sonne bleibt, sprosse sein Name. Glücklich preisen sollen ihn alle Völker und in ihm sich segnen. Gerechtigkeit blühe auf in seinen Tagen und Friede ohne Ende.